Hast du ein Auge nach mir geworfen? War die Iris, die dich auch ausgenockt hat, ey. Damn! Alter. Chill. Chill. Dann ist es wieder. Ne. Nein, wie ich abgeschmiert bin. Oh, boah. Ja. All runter, du Schwanz. Nein! Ja. Was ist das eigentlich für eine komische Hose? Ist das eine Unterhose? Ja, weißt du? Weißt du? Weißt du? Der Gedanke unter dem Outfit ist eigentlich, dass es ein Kanalreiniger ist. So durch die Jacke und diese Taschenlampe. Und weil er jetzt so ein großes Auge hat, ist er jetzt so gut darin, Kanalreiniger zu sein. Und weil er ja eh immer... Die scheißt nicht in den Augen. Im Auge. Der hat so eine große Schutzbrille. Alter! Oh! Ja. Warte mal, du hast mich fast auf die andere Straßenseite geböllert. Ja. Oh, noch fast. Jetzt muss ich das nächste Mal noch ein bisschen weiter fliegen. Und deswegen hat er halt nur so ein kurzes Höschen an, weil er ja, ich sag mal, mit dem Bauch abwärts eh mal in Scheiße steht. Deswegen hat er einfach immer eine Badehose an. Gepärt. Ich verstehe. Aber auch Handschuhe, weil er will das ja nicht an die Hände kriegen. Ist ja widerlich. Ich wisch mit dir den Boden, Junge. Come back! Ja. Ich hab nicht mehr gespielt seit der letzten Session. Oh, okay. Keine Zeit. Hartes Leben. Ja. Ich hatte sehr viel Zeit. Ich hab nicht so viel gespielt. Oh. 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 Ja. Okay. Was mein... Was mein Stil los. Oh. 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 Ich hab vielleicht예cks ja keine Hosen. Hahaha. Das stimmt. Ähm. Das entwickelt sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ahh. Vergitts, was ich gesagt hab. Ach human. Ach. Hier außen bin ich dann noch nie gespawnt. Hahaha. okay alles gut und flugangriff flugangriff schade ich dachte du bist ausgenommen wenn du ich wollte den kopf losgeben das meine nicht von der nase los verdammt nice einhändig kranker typ also du hast gerade ein armig hochgezogen ich bin die maschine sagen doch mal ich habe es gesehen gibt doch auf ich hab dich lass meinen kopf los mach doch mal zu ja das problem so du bist halt echt noch da dass meine beine ein bisschen baumel ich krieg das unentschieden alter macht doch nicht so ja ja oh lol alter das war episch wie ich so ein zentimeter über dem luftkanal war so knapp knapp vor kurz oh leute der ei nein das ging wieder schnell da ging es auf einmal runter das ist so halten erst mal festhalten das finde ich hier oben dein auge meinst du auf die knie gegangen tritt hier vor die kniescheibe schlag jetzt gesicht nein das wäre sehr ironisch nicht zurück hallo hallo ja ich komme dieses verfickte ding nie hoch ja aber nie kontrolliert ich habe mich am boden fest ich wollte ich hab dir so ein kick verpassen und dann habe ich mich von dir weggetreten und so backflipend auch nie gemacht ich glaube du bist über meinen kopf geslidet mann ja da rein ach mann das war's jetzt mal kurz mal abgeräumt aber das match hat 20 minuten gedauert ja quasi kurz ich fand den hosenlosen kinderarzt schon ansprechend ansprechend ein kind würde ich in deine obhut geben wo sind los ich bin jetzt hier beim sexy bauarbeiter gelandet und das kann ja nicht so gewesen sein der sexy bauarbeiter ja es gibt einfach keine hose die passt das ist das problem ja ich habe deswegen auch ein holzbein ich nehme das jetzt einfach weil ich dafür eine begründung habe warum er das so trägt da ich bin ganz auf hin und